MyNFTTracker droht zu schließen. Wir schauen uns außerdem die nächsten Comic-Drops an, wo es MCP-Punkte zum Drop gab. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Kommen wir zu einem ersten Punkt und den finde ich persönlich super super wichtig, denn es handelt sich hier um ein Projekt, welches aus der deutschen Community entstanden ist. Und zwar nämlich mein NFTTracker, für mich persönlich damals so der OGTracker gewesen, womit ich in Streams hantiert habe und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, Kurzfassung, ihnen droht jetzt das aus, weil sie einfach keinen Zugriff mehr umfassend auf die Daten von Vivi haben, was Blockchain angeht und so weiter und so fort. Vault Value hat das ganze Jahr mit einem API-Zugang von Vivi überstanden und daher auf jeden Fall auch die Bitte an euch, wenn ihr auf Twitter unterwegs seid, teilt doch sehr gerne auf jeden Fall hier auch diesen Post von MyNFTTracker, damit wir hier genug Aufmerksamkeit bekommen, um dieses Projekt auch dann langfristig hier bei Vivi weiterhin halten zu können. Denn ja, wie sie schreiben, wird es auf jeden Fall nicht weitergehen können, wenn sie hier keine API bekommen und dementsprechend macht auf jeden Fall gerne ein bisschen Welle. Ich packe euch unten den Twitter-Account in die Videobeschreibung. Schauen wir uns den nächsten Comic-Drop an von Marvel und dieser ist schon heute. Wahrscheinlich ist das Ganze jetzt auch schon gedroppt, wenn das Video rauskommt. Auf jeden Fall sehen wir hier die First Appearance of Deadpool 2099 und wir werden hier den gesamten Job heute, wie gesagt, sehen um 17 Uhr deutscher Zeit. Und ja, schauen wir uns mal die Cover dazu an. Für mich persönlich sind diese Cover wirklich äußerst uninteressant, wenn ich ehrlich bin. Ich finde jetzt nicht gerade schön, wir haben hier den nächsten Preis auch nur von 7 Dollar und wir haben hier nur eine Edition-Zahl von 3000 Stück. Insgesamt auf jeden Fall kein Job, den ich mitnehmen werde. Das Ganze hat nochmal auch hier die Go-Collect-Daten bestätigt, denn hier haben wir gerade mal eine 9.8 mit 188 Grades bei 85 Dollar. Also, ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall kein absolutes Grey-Comic bisher. Schauen wir uns aber dafür das nächste Comic an und das ist hier New X-Men Hashtag 115 aus dem Jahre 2001. Und hier haben wir die First Appearance of Negasonic Teenage Warhead und das Gesamte wird hier am 12. September, das heißt am Donnerstag um 17 Uhr deutscher Zeit, droppen. Wir werden hier natürlich wie immer 5 Cover sehen, so wie immer. Ja, für mich auch hier von den Covern her ziemlich uninteressant. Erst recht, die Ultra-Rare und auch die Secret-Rare sind einfach, finde ich persönlich, ziemlich einfallslos gestaltet. Dennoch haben wir hier auf jeden Fall einen Preis von 7 Dollar und natürlich wie immer eine Edition von 3000 Stück. Insgesamt für mich persönlich auf jeden Fall hier diese beiden Comic-Jobs sehr uninteressant. Das Ganze hat sich hier auch nochmal bei Go-Collect bestätigt. Eine 9.8 hier gerade mal mit 132 Grades bei 100 Dollar. Also, wir reden auf jeden Fall hier bei diesen beiden Comics definitiv von keinem Grey-Comics und deswegen ist das für mich persönlich auch ein Skip. Auch, weil wir hier wirklich keine schönen Covert mit dabei haben und das wäre noch so ein Grund, wo ich sagen würde, okay, deswegen kaufe ich es vielleicht. Aber ja, ansonsten muss man einfach sagen, es ist vielleicht für den anderen Sammler was, aber für mich persönlich nicht. Kommen wir nun zu sprechen auf einen sehr spannenden Tweet von WC-Ente und ja, diesen muss ich einfach sagen, fand ich äußerst, äußerst gut. Was ging es da genau? Es ging dort nämlich um den letzten Drop von Mondo Media bzw. Happy Tree Friends. Dort wollte ich euch ja eigentlich noch berichten über die Details, die hier nämlich zu dieser Mystery-Box kamen. Da habe ich leider verpasst, hier nämlich das noch zu posten. Schauen wir uns das Ganze aber nochmal ganz kurz an. Hier gab es insgesamt 109 Editions und, und das ist schon echt krass, muss man wirklich sagen, 100.000 MCP-Punkte fast. Und das einfach nur, wenn man das gecraftet hat, was völlig absurd ist eigentlich, weil das kann eigentlich nicht sein, dass du hier 100.000 MCP-Punkte bekommst. Nur wenn du etwas craftst für 60 Dollar waren das, glaube ich, insgesamt genau. Also das kann eigentlich nicht sein, dass du hier dann irgendwie 100.000 MCP-Punkte bekommst. Und das muss man auch ganz klar sagen, das Craften ist zwar jetzt erst am 14. September um 21 Uhr deutscher Zeit, dennoch, meiner Meinung nach, viel zu overpowered. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz auch nochmal hier den Tweet von WC-Ente an. Und dann schreibt ihr halt auch nochmal, ein Benutzer könnte durch das Crafting sofort auf Level 27 springen, was einfach absolut OP ist, wenn du das hier machst als Neuer. Also das steht in keinem Verhältnis, wenn ich jetzt auf Level 4 oder 5 springen würde mit damit. Okay, das wäre irgendwo noch in Ordnung, jedenfalls für mich. Vielleicht auch ein bisschen overpowered, wenn das zu oft kommt, aber es wäre okay. Aber Level 27 von 100 zu werden, nur mit einem Drop als Anfänger, ist dann doch schon etwas crazy, finde ich persönlich jedenfalls. Und auch der Wert dieser MCP-Punkte sinkt natürlich auch, wenn man das einfach über einen Drop bekommen kann. In dem Sinne sind halt diese, ja, 100.000 MCP-Punkte gerade mal, ja, 60 Gems wert, was nicht wirklich den realen Wert, meiner Meinung nach, dieser MCP-Punkte widerspiegelt. Also von daher auf jeden Fall finde ich ein sehr berechtigtes Feedback hier auch an Vivi, sehr gut auch nochmal geschrieben. Ja, Grüße gehen raus auf jeden Fall auch an dich und fand ich auf jeden Fall top. Also, ja, dann hoffe ich auf jeden Fall, dass sie dort mal was ändern werden, weil das geht meiner Meinung nach gar nicht, dass hier jemand, der neu reinkauft, wie gesagt, einfach auf Level 27 kommen kann. Schreibt mir dazu mal sehr gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Das würde mich mal wirklich sehr interessieren, ob ihr sagt, hey, das geht voll klar oder sagt, hey, nee, man hätte auf jeden Fall deutlich weniger MCP-Punkte bekommen dürfen. Schreibt es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Schauen wir uns den nächsten Ron-English-Drop an und zwar hier sehen wir nämlich die dritte Schallplatte von ihm und zwar nämlich Record Hashtag 3 Ascension und hier sehen wir das gesamte am 14. September um 17. deutscher Zeit. Das heißt am Samstag auch da, wo sozusagen der Drop dann von Mondo Media bzw. Happy Tree Friends stattfinden wird nur vier Stunden davor und hier haben wir insgesamt wieder eine Schallplatte als Common, die Original Platte mit einem Listenpreis von 7 Dollar. Eine Editionzahl von 1200 Stück. Natürlich hier wie immer auch die First Edition. Dann haben wir hier natürlich wie immer nochmal eine Alt-Rare als Gold Platte. Diese wird nur 600 Editions haben und dann natürlich wie immer hier auch die Secret Rare als Platinum mit einer Editionzahl von 200 Stück. Auf jeden Fall wieder ein interessanter Drop. Ansonsten, was ihr natürlich braucht, um das Gesamtdorf abzuspielen, ist die Jukebox. Für mich persönlich ist es dennoch auf jeden Fall kein Drop, den ich mitnehmen werde. Für mich sind diese Platten ziemlich uninteressant und ich finde jetzt auch die Musik nicht sonderlich gut. Dennoch vielleicht für den einen oder anderen etwas, was er mitnehmen möchte. Für mich persönlich aber auf jeden Fall nicht. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr den Drop findet und ob ihr das kauft oder nicht. Ansonsten war es das jetzt an dieser Stelle auch wieder mit dem gesamten Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Morgen, Metaköderabend und bis dahin, euer Captain. Ciao, ciao.